Es geht weiter. Es geht weiter. Bisschen kacke gelaufen. Bisschen schese gelaufen. Ja. Erstmal gucken hier. Also Wiesel ist am nächsten dran. Wie immer. Ja. Ich hasse Wiesel. Dann hättest du mich auch auf ne Milch einladen können, wenn du das schon wünschst. Nee. Alle gegen Donkey. Oh, da ist ein 1. Da ist ein 1. Ja, jetzt ein 1. Hättest mich auch auf ne Milch einladen können. Alle für Donkey. Light out. Ist nicht einfach. Light out. So. Du musst uns alle verprügeln mit dem Hammer. Ja. Das muss ich tun. Mit dem Hammer uns verprügeln. Wieso haltet ihr die eigentlich so dumm? Wie willst du sonst ne Lampe halten? Mit einer Hand. Mhm. Hast du gesehen wie fett die ist? Ja, hast du mal gesehen wie Donkey die hält? Mit einer Hand. Mit einem Penis hält er dir. Wie ist er? Oh. Oh. Ich seh' ich nicht. Ja. Auf die Augen aufgemacht. Schaust auch genau hin, Wiesel? Oh. Oh. Nein. Oh. Oh. Hey, wie hat das gemacht? Der ist Jedi. Was? Fuck man. Er hat mir den Weg blockiert, der Donkey. Hey, Wiesel raved uns alle weg. Was man so sagen sollte. Ich hab doch schon Mario Party 2 gespielt. Ich hab doch schon Mario Party 2 gespielt. Das ist gar nicht Wiesel. Wir haben einfach Computergegner auf Hart gespielt. Das ist Mose. Ey, lad mal zu einer Milch alle ein. Ne. Ne. Hete. Heee. Heee. Ey, Bowserbombe. Extra für Hay's. Schon wieder? Ey, guck mal da ist er� quiero. Heeeh. Heeeeh. Ich sag dir, wenn du die Bowserbombe wirklich haben willst, sag ich, mich draschen muss. Nein, brauchst du nicht jetzt, schade Weißt du, mir ist es egal, auch wenn Bowser Jr. kommt, ist mir egal I take it Legs, bitch, weißt du? Wiesel, weißt du? Das macht der Handschuh Damit hau ich die eine runter Da muss ich ja keine Angst haben Weißt du, keiner findet die Tatwaffe, weil es Handschuh Ey jetzt Take it to Riot Ich konnte nicht fahren Ich konnte nicht fahren, was? Bowser-Bombe Take it to ride She's got a ticket to ride Two tickets to paradise Oh, den goldenen Pilz will er Ich wollte eigentlich die Bombe Er wollte Thomas die Lokomotiven Du bist Ambassador oder was? Ja Eine Bombe Die Bombe Die Donkey Kong Schmili So, wollen wir mal schauen Ja, da wollen wir mal lang, ne? Ach das ist ja Buh Endlich Jetzt erstmal von Luigi Ich muss spannend halten, komm ganz ehrlich Ja ist ja vollkommen offen Was mit dir hab ich überhaupt nicht geredet Vergiss deinen dring nicht Mit den Zuschauern geredet Achso Ja, ich bin ja da zuschauen Ich guck mir das Video fünfmal an danach Ach stimmt, so wie ich Also nur wenn ich gewinne, sonst nicht Achso, sonst nur zehnmal Ja Ich dachte jetzt kriegt er noch so eine scheiß Hidden Box Gleich Ganz am Ende Das ist richtig Ey Wiesel, da musst du A und also springen und dann Z Die Stampfattacke Richtig Was ist Z? Ja, dann probier mal aus Hast du doch Ich weiß was denn Achso Ja Ja Okay Der Legswitch an Legswitch an Legswitch Wiesel wieder Oder deiner Niko Ne, ich hab nen konstanten Ping, ich seh das Ah shit Niko gewinnt Ja Hä? Hä? Ja Ha Ha Der Donkey Ich hasse Affen Ich hasse Affen, seit Dschungelbuch hasse ich Affen Donkey wrong Ich hab schon immer Affen gehasst Ich hab doch nen Reverse, Maschu Hm? Flip reverse, ey Erstmal ein Duell Ey mit mir, komm Trau dich Ge pace, ey Ge pace Ich hab kaum Wiesel Wir spielen zum Stern, du Pussy Geh Ach Quatsch Brauch Geld, sorry Alles oder nix Alles oder nix Boah Wie geht das denn nochmal? Ey, wenn er Go sagt, musst du A drücken Achso, okay Oh shit ey, wie bei Kirby's Funpack Okay Black So kleiner Ziegenhürte Jetzt gibt's die Oh Boop Hä, was muss man drücken? A Ich hab A gedrückt Anscheinlich Hier Weißt du, guck mich an Mein Haltstuch, lasst alles über mich auf Moment, stelle sie offen, ey Hatte den Ziegen hier hinten weggeballert Wie hieß der doch mal? Nein Ich bin beim Stern in der Nähe Oh tschüss, er ist auch weg Oh doch nicht Boah Ich hab den angehalten mit meinem Blick Bleib stehen du Er kriegt den Happening Star, ne? Mir ist das alles egal Wie ist das egal? Ja Wieso ist das egal? Weil ausgerechnete Matches Ey, ich versteh deine Taktik Ey, mir ist auch egal Siehste? Ich hab keine Taktik mehr Ja, ich auch nicht Ja, ist ja gut Ja, ist ja gut Erlebt sich doch viel besser bei Mario Party Oh, das klaut er wie ein Ah ne, kann er ja sein Aber ich In der nächsten Runde Dreckiger Hurensohn Was soll ich sonst machen? Willst du mein Goldschatz, ey? Alcalde, ne? Don Pedro de la Manche Jetzt drückt doch weiter, Wiesel, ohne Witz Was drückt du auf Pause? Haben wir schon eine Frage? Was ist denn los mit hier? Ich will gewinnen Hallo? Nein, hatten wir noch nicht Hatten wir noch nicht, ne? Wenn ich die Was hatten wir noch nicht? Frage des Tages Höh, hatten wir doch Echt? Ach ne, stimmt Es ist schon wieder ne neue Ja, deswegen Move to the music Also endlich Hab ich es verdient Einmal wieder zu gewinnen Nach anderthalb bis zwei Jahren, Leute? Ja, können wir nehmen Was können wir eigentlich nehmen? Ja, kommen Was, äh Aber er hat schon gar nichts Random Achso, geht das auch Hä? Er hat doch nichts Nix random, das ist einfach nix Weißt du, eigentlich nur er, der durchblickt Ey, Hübel Nein, ich hab, ich hab ja nix gedrückt am Anfang Ja, uh, was kommt da jetzt? Ja, nix Ey, Hübel, wieso drückst du denn? Ich hab auch nix gedrückt Wie sind wir schon da? Wie hast du gedrückt oder nicht? Ich hab nix gedrückt Ja, ich auch nicht, siehste? Luigi, boah Was taps denn? Weiß ich nicht Voll der Beschiss Ey, patch das mal Shigeru, wenn du es hieß Patch mal die Robben Patch mal die Robben Shigeru Und schick die uns bitte bei Post Wo ich den haben Stern klauen Klauen mal einen Stern Ey, klau den von mir Ey, klau den von mir Weißt du? Wiesel Halt doch einfach mal deinen Holst Klau den Stern und sei ruhig Ich hätt von Luigi geklaut Ja, hätt ich auch Was? Ich hätt den von mir selber geklaut Ja, ich auch, von mir selber Ja, aber ich hatte ja keinen Deswegen konnte ich auch nicht von mir selber klauen nein würdest du mir klar er kriegt jetzt noch mal richtig wenn überhaupt weil ich komme gleich mit einem goldenen pilz kann er mal bitte vernünftig würfeln also fly high die ist das über den wolkenwiesel jetzt habe ich sexe den bühne nicole so das geht so wie sie dann wird der typ aufwacht muss loslassen dann versteckt du dich in dem ding machen und was machst du du musst dann nichts mehr loslassen ach so ganz ruhig nico du musst aufpassen ganz schöner delay drin hallo ich hab schon lange los gelassen ja genau oh shit hau ding guck an wie er geht alter moonwalk oh er hat euch hau ding richtig bildet wer uns sein lassen soll ja aber wir haben Angst dass einer dann durchmarschiert von uns beiden ja richtig hat das überhaupt jemand schon mal geschafft ja ja moritz klar auf das noch hinterher kommen coin potluck multi flying oh 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 jetzt 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 wird es los jetzt jetzt wird es jetzt gibt es keine sterne hier? nee ich glaube so Münzen er gibt es nicht er macht erst Münzen genau er macht erst die Münzen er macht erst die Münzen brrrr warum ich? Das war's mit dem Stern. Das war's, ade Stern. Das war's, das war's. Schade. Er wollte sich gerade rausreden, aber bis eben hatte ich ihn noch nicht. Kann ich den nicht auf Kredit nehmen? Ey nochmal. Kann ich nicht auf Kredit nehmen? Ne, ich will hier, hier, Giveaway, Bowser, Giveaway. 20 Coins für Bowser. Giveaway for the fans. Oh, oh, I will rapen. Oh, I will rapen. Scheiße. Wo taus denn jetzt auf? Ey, überall. Hinter dir. Auf jeden Fall hinter dir, ja? Dann renne ich weg. Er meuchelt dich, ey. Seid zu ihm. Er kann, er kann das Item nicht benutzen, weil er zu blöd ist. Das stimmt. Jetzt noch jedes Mal was anderes drücken müssen. Viel. Noch ne vier. Kriegst du ja auch zehn Mützen, ja. Wie zehn. Zehn! Teil. Brauchst du nicht mehr die gleich weg, aber sonst wär's cool. Nein, der kommt irgendwo, keine Ahnung wo der ankommt. Geh nach oben. Boah, du kommst Richtung Stern. Ey, jetzt. Drei, dreißig Muffels. Dreihundert dreißig. Dreihundert dreißig. Dreihundert dreißig. Dreihundert dreißig. Gesundheit. One. Nein. Das war aber nicht viel. Ne. Er hatte keine Lust. Weißt du? Er wollte wieder zum Kuh machen. Schade. Er wollte zum Buh. Ey, schon wieder wir beide in die Kur. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Was ist das? Das ist, wo du in die Kurven legen musst. Ey, jetzt. Jetzt wird sich zeigen, ob wirklich muss jetzt der, äh. Also. Okay, was müssen wir machen? Schnell A drücken. B brauchst du gar nicht. Ey, jetzt wird sich zeigen, ob wirklich muss. Und in die Kurven legen. Also du. Immer hinten gehalten. Richtig A hämmern. Ey, wir müssen schneller machen. Nico, was machst du? Wir haben doch Max Speed. Ja, aber du legst dich nicht in die Kurve. Natürlich. Guck doch, links bin ich. Schneller. Nein. Oh, nice ey. Knapp. Aber wir wissen, dass Moritz der Dumme ist. Ja. Also Moritz, wenn du das hörst, hörst du? Also wenn du zuguckst, Moritz hier. Du weißt, dass du dir selbst deine eigene Projekte anguckst. Ja. Schau dir mal das hier an. Ey. Ein Weißen. Oh, er kann doch nicht mal klauen. Mann ey. Der Schlauen. Der Clown. Jetzt kann er klauen. Nicht, wenn der Zug wartet auf mich. Ey, jetzt ne zwei. Ich hab's ey. Ich muss immer was niedriges sagen. Komm zu mir. Ich will gegen dich kämpfen. Hier wird nicht. Willst du kämpfen? Ich will erstmal ne Item haben. Ey Bowser. Geil. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Hol dir die Truhe, dann kannst du End6 Item stehlen. Ich weiß gar nicht, wer was er hat. Ich will erstmal, nach dem Minispiel mal erstmal feiern. Guck mal, er weiß jetzt nicht, was er machen muss. Ich wollte grad Schnitt sagen. Wollte ich gar nicht. Ich wollte, okay. Schnitt sage ich nicht mal bei deiner Mutter. Weißt du, wo ich Schnitt sage? Wo? Bei den Emos. Uuuuh, Nico. Das war ein Witz von eurem Nico. Eurem Nico.